willkommen freunde im widerlichen schlachthaus hier bei dead by daylight online mit dabei ist der onkel und der rivano so man hat aber wenigstens kein glockenspiel gehört naja ist bestimmt entweder der kettensägen man oder der fallen man oder alle zusammen vielleicht halten wir ja ein bisschen länger durch der ganz nett wir mussten leider zehn stunden wieder warten und dann sind die nerven blank aber ich habe eingefunden ist das eine von euch das bin ich bitte verkack's nicht grüße das war ganz knapp das war so schnell wahrscheinlich war das schon so am ende ist abgeklappt er kommt lauf von mein leben schlimm ist es wenn man hier am generator sitzt und es anfängt zu jucken ja weil du dich ja wieder nicht verstecken wolltest sondern lieber hinter mir herrenst du dich hinter mir versteckst alles gut wie ich ja gesagt hinter dem selben baum wie ich versteckt er sich das ist so ein schwachsinn wie jetzt weg bist du ach ich bin ja gerade im bürgarten und ich komme ja gerade nicht raus das ist so ein stall hier oh scheiße warum nehme ich dich auf ihr oh jetzt hat er mich verarscht scheiße der hat fallen typ ich bin hier in die ganze zeit im ihr garten rumgerannt aber ich muss wickeln leute wickeln 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 das ist schon einer in nähe von mir der mich retten kann wo du bist ja auf der schulter von dem super der trägt mich durch die gegend ich hänge jetzt nur nach haken doch da drüben ich habe mir gerade einen haken gerütt gemacht ich bin auch gerade dabei was sagst du äh der liegt eine falle unter meine füße und das finde ich nicht so schön äh er steht noch vor mir er ist immer noch vor mir er ist Haken sabotiert 1000 holle die Weidfee was ist äh er ist weg ihr könnt kommen Haken gibt ja richtig dick points er ist er kommt wieder er kommt wieder er ist wieder weg er ist weg weg und er ist flash flash so ich muss leertaste drücken also ok kanns kommen kein holz klopfen mehr alles gut wo ist die falle vor meinen unter meinen füßen ist er weg da war er keiner ich hab die nicht gesehen ok nicht schlimm jetzt hast du es ja entschärft wie nett er kommt wieder wäre schön wenn du mich abhebst ja er steht vor mir er läuft genau zu dir ja ehrlich wow so knapp ja hast ich hab schon gespürt wie du dir wieder wie du mich aus dem Haken gehoben hast jetzt bin ich tot weil der Möller keine Lust hat mich zu retten ich bin am Arsch der MEP jetzt 800 mal hätte er er hätte er hinrennen können der böse Möller ja dieser Onkel ist weitaus wie er in der Nähe er war genau da ruhig war also ich muss sagen ich ich sehe ihn nicht also ich höre ihn eher tatsächlich ja er schlägt mich schlägt mich ich bin bei dir am Haken Onkel ich beobachte dich am Haken er ist jetzt außerhalb dieses kleinen er kommt jetzt Richtung zu dir ja er hat ja auch keine Falle aufgestellt ne der kann auch nix der Typ aber nicht aber nicht er will dich jetzt liegt du ne Falle ach scheiße ich falle zu langsam Herzschlag war wildiger mach doch zuerst die Falle weg ach ach machst du denn nicht zuerst die Falle weg ich verstehe das nicht jetzt hat er dich runter gehoben in die Falle rein oder? vielleicht hat er die Falle anvisiert direkt vom Haken in die Falle rein ja ja naja ich glaube ich bin jetzt in die Falle oder? ja ja oh man aber das war jetzt ewig cool ey er hebt dich ab und setzt dich in die Falle rein hehehe als wenn du nicht schon genug Schmerzen hättest ja ja wenn dann alles ne und der Müller hat sich kaputt jetzt kann ich nicht mehr mehr laufen nachher kann ich nicht liegen und nicht laufen ja und der Müller macht nachher High Five mit dem Killer aber er hat es versucht dass das wichtig sein ja Auftrag erfüllt richtig welchen der alte Killer der komplikar kaputt 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 er repariert den Generator was machen wir da? der alte Killer ja warte der rennt gerade und guckt jetzt ist ein fußboot warm ja der guckt hier die Reifen an vielleicht braucht der welche ich weiß nicht was der macht ach schnell mach ich mit dem Generator oh da ist schon halb fertig der Generator ja den hatte ich glaub ich gemacht hmm hattest du das? na komm hi so der andere Generator sitzt auch fertig boah Möller rennt wie ne Rakete da hinten ist schon der fast ein Ding ich weiß oh 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 boah scheiße scheiße der hinten bleibt äh macht einfach seine krank seine scheiße ja und er haut ab er guckt noch ja er haut ab die ist ja gar nicht du wurdest aufgehangen er ist abgehangen ja so sind die Menschen heutzutage ne tja vielleicht kannst du mit ihm ja reden mit dem Keller ja anscheinlich aber egal ich hab ein paar Pünktchen glücklicherweise hoffentlich gemacht ja würd ich sagen und wie viel? ich hab 5 ja ich hab 10.000 2.000 reicht mir ja gut freunde gucken wir uns noch den killer kurz mal an ja gut der hatte nix gut dann sag ich mal wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dann und tschüss Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen hier bei den Azarovs Ruhestätten wieder mit am Start ist der liebe Sajn Möller Moinsens ja wir spielen natürlich DbD Light online DbD Light ich will gratid in der Falle sabotieren er bringt ihn genauer nach mir aber was ach shit ich bin in der nähe ich bin in der nähe was den generator gehört oder was ach so generator nein der hängt in der kohle bleib ich mal am generator und das ist in der nähe bist man könnte natürlich sein dass es zu mir kommt oh zwei sehr schön gemacht wie sieht es aus mit dem typ was ich am meisten wissen will ob er ein camper ist das gibt ja auch schon da aber noch nicht oder doch ich bin sofort in sind verletzt das ist passiert ja durch die falle instant verletzt sehr stark sogar also echt aufpassen mit den fallen wer ja so er hat mich gehabt jetzt wenn du dich beeilst alle jetzt heute eine falle jetzt liegt dass er hinten stellt es auf da ist es jetzt auch noch zeit macht sich so und er geht weg er kommt jetzt in deine richtung oder oder er kommt wieder und er kämpft glaube ich nö nö doch er kämpft hier rum ich sehe dich nicht du bist genau vor mir wenn du jetzt nach rechts gehst na andersrum oder ich weiß ja gar nicht wer du bist eigentlich wenn du da hinten ein knie ist guckst du genau in meine richtung vor mir liegt eine falle ich sehe es ich sehe es fahrt noch durch hat er zwei fallen gelegt ne ne warum kommst du zu mir ich verstehe es weil du mich heilen sollst ja da ist doch der killer mann gut das war es mit mir kann ich doch nicht heilen wenn der kranzer hier ist du bist ganz tot tschüss ja wollen wir mal gucken ob der onkel das noch retten kann wenn wäre das echt super ich habe diese runde keine punkte glaube ich gemacht oder 900 weiter 2500 3200 habe ich gemacht okay schauen wir mal zum onkel live mensch bleibt einfach ruhig bleibt ruhig er geht rechts lang auch weiter mache generator bei den felsen wo ich verpackst du dich manchmal das ist scheiß gut sie geht schon mal zum ausgang gehen nur dann zum ausgang hinter dir wenn einer rechts von dir wenn er kommt dann schon komm schon er ist bei ihr geht zum ausgang der bei denen ist sie läuft in deine richtung sie läuft weg von dir okay und er hat sie egal geh du raus aber wieder raus nee lass das er kennt und nehmen jetzt genau die truhe die luke geh raus geh raus wirklich ja geh raus der kämpft darum na ja jetzt eigentlich nicht so meine art aber hat sich versucht ich verstehe mich ich weiß es nicht die andere seite warum versuchst du es weiter ich habe keine ahnung ja halt ich glaube wenn du auch länger im spiel bist du auch mehr punkte so war das glaube ich auch ja komm ja komm ja das war es definitiv Definitiv. Und Chase. Tut mir leid. Aber du siehst doch was er hier die ganze Zeit macht. Egal, wenigstens hat es Onkel geschafft. Ich bin sogar sehr stolz auf ihn. Ja, 13.000 GB. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Kill. Tschaußen! Willkommen, Freunde, bei dem widerlichen Schlachthaus in Dead by Daylight mit dem Onkel. Ja, Hallöchen. Warte mal, hier ist einer und da ist noch einer. Ja. Bist du das einer davon? Ich bin hinter dir. Ah, alles klar. Lass uns wieder zusammen losziehen. Oh. Fallenlegal. Hat er mich? Ja, mich hat er. Ich häng an einer unsichtbaren Mauer. Ich glaub es nicht. Spumme. Ich hoffe, es ist nicht wieder dasselbe vom letzten Part, weil dann ist das ehrlich eine dreckige, fürchterliche Camper-Sage. Und liegt sie in der Falle unter mir. Ja, das macht's ja so brav. Ja, das würde ich auch machen. Er ist aus dem Bilde, aber noch nicht weg. Er ist hier doch. Läuft um Baum herum. Vor mir ist eine Falle. Er kommt wieder. Ja, die anderen kümmern sich um sich selber. Er geht jetzt zurück zu dir, richtig? Nein. Doch. Ach man. Soll ich dich lassen? Ja, egal. Kümmere dich um irgendwas anderes. Ja, der strahlt hier irgendwo rum gerade. Aber ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn, das hier auch mal. Scheiße. Dann sag ich mal. Tschüss, Onkel. Ich hab immerhin 4 und 10 Blutpunkte bekommen. Ja. Er hat nichts, noch ich zum. Aber egal, egal. Aber ich habe auch einen Fehler gemacht. Nichts ansatzweise an Punkte gemacht. Und kriege ich die Tausend zusammen. Nein. 991 Punkte. Oh, ist sehr blöd. Oh, ist sehr blöd. Der Maubild macht es gut. Der ist nicht in diesen Schacht reingeklettert. Gekrabbelt. Ah. Jetzt hat er ihn gefunden. Egal, Onkel. Kümmere dich um deinen Kram. Machst du wie im letzten Part? Scheiß auf die. Weil Zottelkopf und Dingsbums gehört zusammen. Ich hoffe, jetzt wird Dingsbums getroffen. Schade. Und? Hahaha. Ist doch schön. Ich gönne denen das richtig, dass sie verlieren. Machst du in Ruhe deine schönen Punkte. Ist dein erster oder zweiter Generator. Zweiter. Ja, dann kannst du entweder ein Generator machen, oder halt so eine Haken. Oh, warte, 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 warte. Zottelkopf? So. Müsste gerade mal. Wormitt Devil geht da. Ah, das habe ich wieder Frame Einbrüche ohne Ende. Er ist bei Zottelkopf, also bei dem der hängt. Geht nicht dahin gehen. Gut, er ist weg. Ich guck mal bei Morbid. Ich weiß nicht, wer da ist. Ich seh nicht. Ich seh den Typ nicht. Der ist tot. Der ist ganz hinten rechts. Ach, der läuft noch? Der hängt gar nicht. Der macht gerade einen Haken. Ich muss noch einen eingeloggt, Scheiße. Ach Gott, ich müsste sein. Und den ersten Haken da fertig. Ich seh den Typ nicht. Ich seh den Typ nicht mehr so. Ne, das fängt wieder das Spiel anzurückeln. Ich glaub's nicht, oder? Hatte ich nicht gesehen. Ok, okay, das ist noch nicht. Ich müsste wieder der Aufnahme. nein das spiel ruckelt ich okay hab mich jetzt nicht ich keine ahnung was ich jetzt machen soll das spiel hat gerade wieder heilig geruckelt dann hätte ich dich nicht zu ihm zu dem anderen los zu dem morbid devil und dann hätte morbid einen auf die schnauze bekommen genau in dem moment wurde in meiner nähe es fängt das spiel anzurumpen das ist natürlich ein bieter der macht ein solospiel der morbid wie es aussieht oder war das schon keiner zeit können ich hasse solche spieler die nur auf punkte aus sind und die anderen einfach als kalt verrecken lassen weil ich sehe es immer so wenn ich jemanden rette hat der kinder ein anderes ziel außer mich damit kann ich halt dann andere punkte sammeln also nein er findet die luke naja so ist es halt ich habe wieder ein bisserl was verloren okay dann kann sie wieder ja egal okay dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten kiel tschauzen